Zu urteilen kann das niemand. Das Lied ist geklaut und wir werden jetzt heute mit den Streitierenden quatschen. Dass ich nicht lache. Da kann er tausendmal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Oh, nein. Dein Hängearsch. Deine Muttermal, du Dämlack. Was tust du? Lass das. Kletus on must. Der nervt so. Wir hängen ihn einfach auf. So ist es. Einfach aufhängen, dann haben wir einfach alles geregelt. Wir haben es geschafft. Augen nach Elysium. Nicht so schnell, Freundchen. Kletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das? Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt. Hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla, 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das meint er jetzt echt nicht ernst. Jetzt verwindet er das alles gegen uns. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst. Aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Sorry, ich hab schon wieder vergessen, das Mikro anzumachen. Aber sie ist so schön, oder? Naja, wir müssen nur leider mega gemeinsam. Ich bin nämlich eigentlich gerade am Haare machen. Und deswegen, ähm, wollte ich mich so stören. Das ist so warm. Also ich nehm's ja zwei, das müssen wir zwei Wochen vorher auf. Also, ähm, am 27. August nehm ich das nämlich gerade auf. Sehr spät. Und, ähm, es ist einfach mega warm. Und ich bin Haare nerven. Wir müssen jetzt ganz gemeinsam. Wir müssen sie bewusstlos machen. Oh, Gold, es tut mir leid. Bravo. Ah, ha, 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 ha. Bravo. Auch das noch. Argus, endlich. Holen Sie mich hier runter. Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Rate da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Oh. Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Data-Sette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Okay. Ich finde es bemerkenswert, dass Glied es in Tanga trägt. Nur mal so als Randnotiz. Oder ist noch was anderes? Na komm schon. Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so. Ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon. Aber... Na dann. Auf nach Elysium. Oder wie? Hm. Das geht da nicht. Wir können die doch nicht belügen. Oh, Goal. Ja? Ähm... Es ist so. Ich bin ganz ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache. Ähm... Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Das geht nicht anders. Wir können sie nicht belügen. Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin hab ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen. Es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Ja, für die, die es nicht wissen, Genozid bedeutet Völkermord. Was ja wäre, wenn wir unsere Mutasche. Ja, wir haben ja nur diese Backup-Data-Sette. Oh, ich, Hufus, du verdammte... Ach nee, da war ja was. Hä? Oder hat er die... Glotz nicht so! Wenn ich draufgehe, wird es dir leidtun. Weil du dann schuld bist. Oh, da ist die unten. Hä, wo ist denn die? Das Gepäck, von dem ich wette, er... Natürlich, man weiß ja nie wann... Nicht ohne Goal. Ja, aber wir haben ja nur diese eine Data-Sette. Nur die Backup, nicht die andere. Und die liegt hier ja auch nirgendwo. Ich fahre jetzt einfach nochmal nach unten. Ah, er hat sie. Ja, Herr Amtmann. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Depone ja verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Okay, gut. Die gehen jetzt. Das ist meine Chance. So, wir haben jetzt die richtige Datasette und werden nach oben gehen und das einsetzen. Oh. Der Tunga-Man in der Haus. Boot ist in Betrieb. Die Aufstiegs-Codes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber, was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Nefantakassette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Mhm. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt, mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Ach, jetzt auf seiner Seite. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Ich drehe ja an dem Rat. Ich möchte ihm ja die Dobe Datasette geben. Also, haben wir eine Abmachung? Niemals. Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja im Erste-Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Ich glaube, sie würden lieber sterben, als dich zu heiraten, Gliedes. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette. Weiter nichts. Okay. Du hast gewonnen. Scheiß-Datasette. Hier ist die Datasette. Datasette. Ungewohnt einsichtig von dir. Ich hab dir nicht gehört, ne? Und ich wette, gehör da sowas weg, ne? Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Verschluck dich nicht an deinem eigenen Ego. Ich hasse diesen Typ. Gliedes? Was... Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich... Ich... Ähm... Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren. Richtig? Wir sind auf Deponia. Aber unsere Mission ist beendet. Hab ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Warum kannst du dich auch an nichts erinnern? Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja. Nichts. Nun komm. Lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja. Lass uns gehen. Pfff. Tja. Das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvaak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja. Die Datasette. Hm. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein. Macht's gut, ihr Trottel. Oh, nee. Schnapp diesen Verräter. Das schießt ihn. Ähm. Na, mein Freund. Oh, oh. Wer ist jetzt denn in der Klebe? Oh. Die Wattersette. Ähm. Bravo, Herr Oberkontroll. Ähm, ähm, ähm. Ich glaube, er wird langsam müde. Was für eine miserable Beinstellung. Au. So, es reicht. Hoch die Fäuste. Nicht ganz so hoch. So, es reicht. Hoch die Fäuste. Okay. Nicht ganz so hoch. Echt putzig, wie sie mit ihren Spielzeugen rumfuchteln. Hü. Habt ihr euch eigentlich mal im Spiegel gesehen? Au. Hoch die Fäuste. Hü. Hoch die Fäuste. Hü. Er hat die Datasette. Das ist... Niemand widersetzt sich dem Orkanon. Im Fernsehen sieht man immer dicker aus. Im Fernsehen sieht man immer dicker aus. Niemand widersetzt... Niemand widersetzt... Niemand widersetzt... Gib auf, kleiner Ma... Hä? Warum kann ich das nicht anglutschen? Dann... Ich muss weg. Was ist halt an? Stopp! Yuhuhuhu! Was tust du? Oh oh oh! Oh oh. Bozo. Nadelhaufen. Ach, ich glaube, ich habe nur das Rückgrat gebrochen. Und es ist echt egal, was wir eigentlich antworten. Ja, ich habe es mir jetzt nicht genau angesehen. Yay! Hussa! Und so. Ja, es gab auch die Möglichkeit, ich glaube, ich habe die Liebe meines Lebens verloren. Und ja, das habe ich sonst immer ausgewählt. Der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Hast rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Depon ja jetzt gerettet. Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die R gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so. Der Kurs. Volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Ja, und damit sind wir auch am Ende des ersten Teils von Deponia angekommen. Ein wirklich sehr bemerkenswertes Ende. Und ja, ist es das Ende? Ja, das fragen wir uns natürlich. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, der zweite Teil ist genauso lustig und so spannend wie der erste. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf.